So, jetzt fahre ich auf eine Hochzeit, um die Standesamt der Vertrauung zu fotografieren. Jetzt müssen wir noch tanken. Wir sind angekommen. Da müssen wir noch Parkplatz finden. So sieht Standesamt aus in Rudig. So sieht es aus. Stammbuch, Blumen. So, jetzt kommen die rein und ich muss dann fotografieren. So, die Kamera habe ich eingestellt. Ich benutze Blitz, aber gegen die Wand. So, jetzt kommen die rein. So, jetzt kommen die rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. So. 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 Wir sind fertig. Brautpaar fährt jetzt Essen. Und ich habe auch meinen Job erledigt. So. 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 Vielen Dank.